um zurücksetzen bin bereit wenn du es bist das heißt Moment 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 drück noch nicht drauf drück noch nicht drauf nein ich will einmal Nase putzen ok besser sehr gut und wieder schlechter meine Nebenhöhlen sind so zu das ist scheiße ja das auch und dann vorhin wieder Klimaanlagen, Luft das ist alles nicht gut aber wir können weitermachen wenn du willst ja gut jawohl Hallihallo liebes Waldvolk und oh jetzt geht das schon wieder los mit diesem Spiel nein ich will Forest spielen ok 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 ja herzlich willkommen und zurück zu The Forest guten Tag ich freue mich dass ihr hier seid und ja so weiter genau ich hoffe das Ding geht jetzt nicht wieder aus so habe ich eigentlich diese Aufnahme Session nur Probleme sage mal doch jetzt geht er jetzt minimiert sich das Bild wieder warte ab oh ne ne man weiß nicht wieso aber mal macht es das und mal nicht bist du vielleicht außerhalb des Bildschirms nein hallo ich bin Smoodan, ich bin blöd haha 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 ich will ein YouTuber sein, kann aber nur ein Telefon bedienen haha das können die meisten wahrscheinlich nicht haha weißt du eigentlich wohin du unterwegs bist oh guck mal schädig oh guck mal schädig oh guck mal neues Tier entdeckt super süß nimm ich mit wohin du gehst auch was in Magen bald Möhre? ja ich bin jetzt mit meinem neuen Kumpel unterwegs ja gut dann auf Wiedersehen geh doch dann geh doch zu Hause hier ist ein 1a Höhleneingang Möhre du heute scheiße weißt du was der Höhleneingang sagt? Lauf weg Lauf weg Lauf solange du noch kannst ja dann lass doch eben was schnabulieren und dann genau dann hauen wir die Höhle auseinander ich hab sogar noch ein bisschen was zu mumpfen oh ich hab aber gar nicht drauf gedrückt wo hast du nicht drauf gedrückt? auf den Timer ich hab drauf gedrückt ja sehr gut 2 Minuten 30 sehr sehr gut ich mach hier nochmal ein Feuerchen ach du machst du ein Feuerchen? okay zack wuff jetzt fühl ich den ganzen Wald an sooo dann trink ich noch ne so oder? glub glub boah du siehst so eklig aus mit deinen Fleischfetzen die du an hast ne? so aber wie kann man das denn jetzt mit dem Waffel machen da? mit dem ne Waffel willst du machen? nein so'n so'n hier dieses hier dieses Trinkschlauch hier dieses Trinkschlauch brauchst du da nicht nen Hasen für? nein war mit 2 Rehfell glaube ich bei Rehfell und äh Seil ja hier hab nur ein Rehfell ja ne dann mach ich das jetzt auch noch nicht doch mach doch nein mach ich nicht oh mach doch will ich nicht mann oh mach ich ich hab ja noch ein paar Sodas so das so das meinen verbesserten Stock den rüste ich jetzt auch mal wieder aus mit Brennelementen das wär ich ne Idee kombiniere kombiniere da ist etwas im Busch genau schmutziges Wasser hab ich auch noch dabei ja hab ich auch Stöckers hab ich Blätter hab ich ja dann wo ist das Feuer hin? hab ich kaputt gemacht ach das kann man kaputt machen? na klar bisschen Spuren äh verwischen hör ich bin direkt hinter dir ja noch zu sehen dass wir noch ein paar Mutanten Mutanten äh äh Rüstung einsacken Piñata Piñata willst du deine Mutanten Rüstung nicht auch mal anziehen? mach mal das ist hammer eklig los ach schon aber dreh dich zu mir oh iiii oh iiii ha 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 alter uah du hast nie eingestürzt ey weiß ich warum du das so scheiße findest ah dinero dinero hm lass uns unauffällig sein Passagier gefunden Platz 3c ich kann nicht noch mehr Armbanduhen tragen Moment da muss da muss ich Bomben basteln erst da d 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 alkohol ist das drahtseil auf dem du stehst alkohol das ist so widerlich das ist so ekelhaft sache nicht ich bin ich gut da lacht einer ganz dreckig ich bin einer von euch ob die das glauben würde ich glaube ich glaube ich glaube ich das ist ja so ein großer ist das finde ich gut burn 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 the ring of fire a ring of fire hat sie gerade echt mit dynamit bespissen ich habe gerade sprechstoff gebastelt ich habe ich gucke schon immer nach hinten weil ich angst habe ich dass uns irgendwann runterschmeißt irgendwie runterschubst nein möhre verdammt wo ist der dickmann und da muss aber langsam mal lang hier ja gut 17 brandpfeiler habe ich noch beide getroffen ich glaube er ist tot den anderen kriegen wir so oder ja den anderen warum jetzt einfach so nach alter kunst ja gut bei dir hier ist alles gut mit dem stock mit dem stock der gerechten kann man richtig schön feile wieder rausholen ja schade schade das heilt hier drin verdammt verdammt axt aber wenn wir hier in dieser höhle schon so früh auf das heilt aber ich bin kann sein aber hallo man kriegt denn das ding nicht kaputt weil ich nicht mal die axt guter ich weiß wo wir sind glaube ich ach nee das heißt wir kriegen ja auch die andere axt ja geil aber war hier eben nicht noch einer ja wo ist der denn hin ist der runtergefallen das kann sein doch zum glück nur dezent laut hier drin ja was auch immer du sagst hier ist irgendwas was ist das wie möglich aus sieht aus wie diese neuen modischen vibratoren ja wenn du das sagst also irgendwie die haben auch immer ganz komische namen mein kleiner binguin oder blauer delphin okay um sabine getränke ich weiß runde herrlich kann ich mir eigentlich mal gleich eins einverleiben ja ich mir auch im besten fall sogar beide weil da liegen noch zwei echt also fünf haben wir bei mir lagen dann noch welche ich glaube wir können die unabhängig von einer saal ich höre baby ich höre ich glaube ich geht da ist die axt ich sehe schon da war doch da war doch der dynamit wir wollen wir bieten auch schön ach nee leuchtfackeln ist ein dynamiter hier ist auch hier ist auch ein dynamit aber ich kann kein dynamit mehr mit ich habe alles mitgenommen ich habe mitgenommen und seile kann ich nicht mehr tragen wo ist denn die axt scheiße wir sind oben wir sind oben aber müssen runter oder unten ist die axt aber ich glaube ich weiß aber wie wir hier runter kommen haben wir hier alles eingesammelt was wir brauchen ja wir gehen erstmal noch weiter hier hoch zum glück ist das nicht laut sonst würde ich ja nichts verstehen hier können wir runter gehen oder springen gehen also klettern aber da unten ist doch wasser oder war da nicht was ja ja wenn du es triffst ja ich weiß nur nicht wo ja genau hier müssen wir drüber springen hier war so ein abgrund rüber springen ja scheiße gut möbel du fängst an okay aber mit anlaufen warte das war einer wir bereits geschafft kommen meine arme ha 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 da drüben geht es wieder hoch ist noch ein bild hier geht es wieder hoch ein x zwischen bäumen ja ja ich weiß wo das ist die bäume habe ich schon mal gesehen hier gibt es noch irgendeinen scheiß ich bin runter geklettert schon also runter geklettert also hier gibt es noch irgend so ein kram zum angucken jetzt nichts wichtiges eigentlich aber medikamente sind noch hier necks liegen hier oben rum ach nee orange farbe ich komme doch noch mal hoch kann sich nur um stunden handeln ich muss doch tatsächlich während der aufnahme noch mal nase putzen das ist ja zum da beise melken hier aber nix gehört ne haben wir nicht das gut r hier kann man noch mal hochklettern aber hier sind wir dann nur noch auf der anderen seite ja wir müssen auf jeden fall nachher dann die wand wieder runter damit wir ja damit wir dann halt die axt bekommen ne taschenlampe was nur was hat ne taschenlampe wo hast du ne tasche Waaas? Ich kann die so kombinieren mit was denn? Kettensäge mit Licht? Jawoll! Handgemachter Bogen mit Licht! Geil, moderner Bogen mit Licht! Ja! Steinschlosspistole mit Licht! Ja! Alter! Moment, ich hab auch ne Taschenlampe! Alter! Wie cool! Kacke, wie krieg ich den jetzt weggerüstet? Ähm... Mit L! Ja, aber wie krieg ich denn mein Feuerzeug hier wieder rein? Ähm... Das Feuerzeug mal anklicken! Wo ist denn das Feuerzeug? Ach da! Ja, im Inventar! Ah, okay! Ich will nämlich ne Kettensäge mit Licht! Hehe! Kettensäge mit Licht! Hehe! Die taktische Kettensäge hätt ich gern! Hehe! Mit Zielfernrohr und allem sowas! Was ist denn ein moderner Bogen mit Licht? Das äh... Weiß ich nicht! Äh... Ähm... Ja! Doch, doch, doch! Hier waren wir! Ja, ne? Okay! Hier waren wir! Gut, dann können wir da wieder runter und dann... Dann gehen wir runter! In Richtung Axt! Halt! Warte mal! Lass uns doch eben noch was essen! Ah ja! Machst du ein Feuer? Ach so! Ja, warte! Du bist doch unser Feuermeister! Du bist doch unser Feuermeister! Geil! Boah, das Inmetall ist voll voll! Aber Alkohol! Ich habe voll keinen Alkohol! Ne, ich habe auch keinen mehr! Ne, Alkohol habe ich auch nicht mehr! Verrotz! Ne, Alkohol habe ich es nicht mehr! Ich habe einen Teil nur zu lassen! Oh! Denn ich habe einen langen Verranzo. Ne, Alkohol habe ich schon wieder richtig! ich weiß aber auch nicht ob das hier unten ist mit dem wasser eigentlich habe ich schon bock darunter zu springen aber auf der anderen seite möchte ich auch nicht aufklatschen und tot sein ja aufklatschen und tot sein ist immer echt scheiße mache ich mache ich auch selten gerne komm schon wasser jetzt koch endlich ganz nicht in den wasserschlauch tun ich muss es austrinken gibt es doch nicht na gut dann lass uns nach dir ich glaube in den wasserschlauch kannst du die sachen aus der schildkröte und so weiter packen ja zum glück bin ich noch mal hochgegangen ich hab das mit der taschenlampe gar nicht mitgekriegt bin ich immer finde ich immer wieder faszinierend wir hier mit einer hand an ja hauptsache er hält sein scheiß feuerzeug in der hand ja das stimmt wie viele kilometer damit runterklettern kann wie lange wir letztes mal gebraucht haben um diese scheiß fuck was ja kommen wir denn hier runter ist das wasser da unten oder das ist nämlich genau die frage sonst müssen wir nämlich wieder komplett hoch und da unten und auf der anderen seite wieder runter klettern ja sonst müssen wir noch mal hoch ein stück weiter nach rechts und von da aus runter klettern darf man das nicht hier rüber zu springen nee das glaube ich nicht ich will da nicht noch mal ganz hoch ja aber ich will auch nicht da runter also schon aber ich aber ich will nicht tot sein ja ich sehe was du vor hast du auch gespeichert ja ich habe auch gespeichert oh gott und wenn du triffst ist es wasser ich bin 100 meter tief gefallen in eine pfütze von halben meter aber das geht ich weiß jetzt schon dass ich sterben werde du darfst nur nicht auf die felsen aufklatschen oh oh hilf mir hoch okay du bist auf die felsen aufklatscht aua 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 das hätte echt mies werden können das wäre ja das wäre echt scheiße gewesen höre ich bringe mich hier mal drüben in sicherheit hier ist übrigens ein langes langes sei ja ich bringe mich hier weiter drüben ist nämlich ein ad äh 2,3 sind das sogar machen wir ein kleines Päuschen wir sind bei 26 ja würde ich sagen alles klar alles klar dann ja gleich mal bis äh gleich bis nächstes mal ja genau bis dann ciao